Panama ist genannt. Das ist der Auslöser dieser Diskussion. Ich werde jetzt nicht hergehen und Einzelne in Europa hier benennen, aber ich sage in Europa und nicht in der Europäischen Union. Ich möchte, dass Sie hier diese einzelnen Sachen benennen. Ja, und ich sage Ihnen, dass ich das nicht tun werde. Warum nicht? Weil ich heute keine Lust habe. Und es ist nun einfach eine Lebenstatsache, dass die Möglichkeit zur Einrichtung solcher Gesellschaften ja nicht auf Sylt zu finden ist, sondern anderswo, anderswo auf der Welt. Und was wir wollen, wir wollen hier eine globale Antwort, eine internationale Antwort und wir brauchen mehr Transparenz. Wir müssen mehr Transparenz haben. Wenn wir diese Transparenz haben, dann können wir diesen Fällen hinterhergehen. Der Minister bleibt hier am Ball und kein anderer Finanzminister vor ihm hat in dieser Hinsicht so viel bewegt. Wir werden hier nicht lockerlassen. Wir haben hier begrenzte Möglichkeiten. Ich kann ja nicht die Kavallerie schicken. Da liegt mehr dazwischen. Das heißt Atlantik. Das funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen dicke Bretter bohren. Wir müssen beharrlich diese Staaten an ihre Pflichten mahnen. Und wir müssen ihnen verdeutlichen, dass es keine gute Sache ist, wenn man sich in einem internationalen Kontext erfolgreich bewegen will, wenn in einzelnen Ländern solche Praktiken möglich sind. Für uns ist klar, der Druck der Staatengemeinschaft muss auf solche Länder wie möglicherweise Panama unverändert hoch bleiben, damit sie weitere Schritte auf dem Gebiet tun, dem Gebiet der Herstellung von Transparenz. Wie sieht es denn aus mit Europa? Weil letztendlich müsste dann doch auch vielleicht nochmal in Europa etwas mehr passieren, damit das glaubwürdig ist. Ich werde jetzt hier keine einzelnen Länder nennen. Aber ich darf Ihnen versichern, wir führen auch in Europa Gespräche. Und anders als im Falle Panama sehen wir in Europa durchaus sehr substanzielle Fortschritte. Herr Jung dazu, bitte. Herr Sabat, in den Papers sind ja bisher ausgerechnet keine EU- oder US-Politiker oder US- und EU-Prominenz im Mittelpunkt. Erwarten Sie das noch? Und Herr Jäger, können Sie mal konkret sagen, wo diese Briefkastenpraktiken auch in Europa möglich sind aus Ihrer Sicht? Und bitte jetzt nicht, Sie möchten sich darauf nicht konzentrieren. Ich möchte von Ihnen wissen, wo das in der EU noch möglich ist, diese Praxis. Da ich bis gestern Abend 20 Uhr von der Existenz dieser Panama Papers gar nicht wusste und jetzt erstmal versuche, mir einen Überblick zu verschaffen über das viele, was da berichtet wird, habe ich keinerlei weitere Erwartungen. Das wird man sehen. Herr Jäger, Panama ist genannt. Das ist der Auslöser dieser Diskussion. Ich werde jetzt nicht hergehen und Einzelne in Europa hier benennen. Aber ich sage in Europa und nicht in der Europäischen Union. Ich möchte, dass Sie hier diese einzelnen Sachen benennen. Ja, und ich sage Ihnen, dass ich das nicht tun werde. Warum nicht? Weil ich heute keine Lust habe. Darf ich noch eine Frage stellen? Die letzte dann dazu. Liegt dem Finanzminister dann ein EU-weites Verbot von Gründung von Briefkastenfirmen am Herzen? Warum nicht? Der Finanzminister verfolgt – ich hoffe, Sie haben mir zugehört – die letzte halbe Stunde seit mehreren Jahren sehr intensiv das Anliegen, hier Transparenz herzustellen. Ich glaube, wir sind ein sehr, sehr gutes Stück vorangekommen. Wir werden jetzt diese Diskussion, die durch die Panama Papers ausgelöst worden ist, nutzen, um auf diesem Weg weiter voranzukommen. Und das werden wir mit der Beharrlichkeit betreiben, die Sie von uns kennen. Das war eine große Herausforderung für uns, die das mit dem Love und das mit dem Vierenden von Christen ist. Das ist jetzt die Wunschung. Die Wunschung. Man kann sich für Sie die alternative, wie Sie Gual认 foldersern. Also, das wird die Mewen geschaffen. Das war die Wunschung. Ich bin ein sehr gutter Hügel. Das war die Wunschung. Vielen Dank.